so johi leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja jetzt habe ich ja schon lange zeit kein video mehr erklärt das ist lange zeit vier tage aber nicht dass ihr euch hier wundert dass ich keine videos mehr aufgeladen ja mann die sonne blendet gerade aber ja ich bin auf jeden fall noch videos keine angst wer so scheiße denkt oder so aber ja was bearbeitet ich habe immer aber und dann kommt so eine scheiße es gibt gar kein aber ja ich erkläre euch jetzt einfach mal gleich warum keine videos kamen und genau dann erzähle ich euch noch ein bisschen was anderes was so die woche war aber ja da würde ich sagen setzen wir uns jetzt gleich an das plötzchen so leute und zwar ja heute mal mit fokus nur auf mich hier kein gameplay im hintergrund oder sonstwas aber ja jetzt gibt es mal wieder eine kleine story was diese woche war und zwar am dienstag hatte ich meine zweite theorie prüfung fahrschule und ja was ist passiert was war da los ich wüsste natürlich auch gern aber wieder wieder verkackt wieder verkackt leute was ist mit mir los keine ahnung was wieder war war so richtige beschissene zwei fragen aber ja was soll man machen die eine hatte nicht mehr was mit fahrschule zu tun oder mit verkehr sondern da ging es einfach mal um die gesundheit da war gefragt warum ist das tragen von jeanshosen bei warmem wetter gefährlich dann stand dran ja weil die verletzungsgefahr natürlich höher ist und dass man krank werden kann dass man krank werden kann natürlich nicht angepasst wäre richtig gewesen hätte ich die frage richtig gehabt hätte ich bestanden gehabt aber nein habe ich natürlich nicht was ist da los was ist da los so eine frage wegen so einer fällt mir durch ja also leute wenn ihr führerschein macht oder schon habt schreibt es mal in die kommentare würde mich mal interessieren und ja ich war jetzt vorgestern gestern war ich krank war nicht in der schule und so heute auch nicht aber ich mache jetzt jedes video läuft auf jeden fall ja vielleicht hört man es noch ich bin ein bisschen erkältet noch immer ja genau und ich wollte eigentlich nur motorrad hier herfahren aber ja leute schaut es euch an jetzt bin ich bin ich mit dem bike hier heilige scheiße auf jeden fall da geiler sonnenuntergang am start ganz gechillt hier bin ich auf jeden fall kommt diese woche noch ein paar videos leute zieht ihr euch rein alter richtig geil eigentlich gerade man also leute ich werde in der zukunft auch ein paar mehr vlogs machen hoffe ich mal habt ihr voll bock drauf auf dem vlog und ja genau ich hoffe ihr habt auch bock darauf und schaut es dir dann auch an wenn nicht dann ist es kacke alter dann habe ich auch kein bock darauf aber aber ja ja nice car da hinten hier ist kein kleines auto gell ne 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 nur ein scheiß bmw ja auf jeden fall ich chill jetzt hier noch ein bisschen leute sollte so ein kleines infovideo sein hoffen es hat euch gefallen und ja dann lasst den daumen nach oben da demnächst wird auch ein richtig geiles motorrad video kommen leute also freut euch da auf was und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder und ciao leute so leute also ein bisschen scheiße meine bremsen sind gerissen aber was soll es ohne bremse kann man natürlich aufbauen der brems verliert so heißt er so heißt er und ja genau Alter mein Handy gut schwarzen aber aus dem Tag Alter mein Handy gut schwarzen aber aus dem Tag Alter mein Handy gut schwarzen aber aus dem Tag das du w Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020